Dann gib halt ihr. Warte, ich sag bitte nicht, ich hab jetzt noch ein gelbes. Jetzt kommt noch ein grünes. Egal, vielleicht haben wir jetzt doch Glück. Das ist aber irgendwie ein bisschen rassistisch. Sieht echt wunderschön aus. Was geht die Schüttlinge und willkommen zurück zu Minicraft. Aura. Aura. Nein, warum? Nein, warte mal, Hero. Nein, was war denn das? Stimmt. War, äh, Mindplex. Am Mindplex Sonnastag. Am Mindplex Mittler... Hä? Der war Sonntag. Stimmt, der war Sonntag. Alles klar. Hä? Ich mach jetzt hier noch... Ja, er passt schon. Die Schmiede fertig. Habst du keine Ahnung oder so? Ich hab mehr Ahnung als... In deinem Kanal? Guck mal, wie groß die Plattform jetzt ist. Gefällt mir selbst nicht so ganz. Du hast auch so einen kleinen Hoden, hast du, Alter. Mir gefällt die Plattform so nicht. Hatte mal wieder Null Sinn, aber Justin dachte ich YOLO. YOLO swag. Ja, können wir die mal eintauschen. Das war ein Fehler übrigens, die schlechte Rüstung anzuziehen. So nebenbei. Ja, das kann gut sein, du. Guck mal, ich hab jetzt hier noch Seared Bricks. Drei... Oh, ups. Oh, ups. Hoppala. Das wollte ich aber nicht, du. Ja, mal. Vielleicht stepp gleich an, fahr. Leck mir am Arsch. Ah, später vielleicht. So, und dann kann hier noch einer hin. Und dann kann ich nämlich diese wunderschöne Redstone-Schaltung hier nochmal neu machen. Alter, was geht denn ab hier? Davon muss ich irgendwas wegwerfen, was werfe ich weg, ich werfe das hier weg. So. Die kommt jetzt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann kann ich da theoretisch dran. Klar. Und jetzt brauche ich noch eine Redstone-Fackel, die ich gerade nicht im Petto habe. Und zwar ist die bei Redstone-Kram. Was ist los mit dir? Bei mir ist alles super. Ich red ja gar nicht... Ich fühl mich aber gerne angesprochen. Läuft! Ich könnte jetzt wieder was sagen, aber ich lasse es. Ja, lass es mal lieber. Super, super, super. Jetzt fehlt noch der Trichter und die Kiste. Und das Ganze muss hier drunter. Hä? Warte, hä? Hä? Ja, geil. Passt schon, Juro. Ich tausche das mal kurz aus hier. Wie errastet man? Ja. Wo ist meine Schaufel hier? Ja, Miniature-Water! Ja! Jetzt pumpt der Trichter hier drunter. Und da drunter muss die Kiste. Aber vorher kommt da Cleanstone dran. Oh ja, Alter. Yo, jetzt hast du die Runde aus. Alter, nee, ey. Oh nee, yo. Ich muss jetzt die ganze Zeit reden, damit wir die übertömen. Alalalalalala. Alalalala. Alala, okay. Long, long. Wir sind im Kong Kong, Hong Kong. Ich weiß ich nicht. Hong Kong, Hong Kong. Oh, ui. Jo, genau da sind wir. Okay. Wenn ich jetzt die Kiste hier drunter setze. Und rausfliege. Dann bist du rausgeflogen, sagst du. Kommt man da dran? Yo. Was heißt, ich habe doch vorher noch Erze gehabt. Die hatte ich in irgendeiner Kiste. Und diese Kiste habe ich hier drin. Dachst du Rucksack wegschmeißen. Macht man so heutzutage. Alter, Junge. Oh, das war gerade ein bisschen sehr laut, findest du nicht? Alter, ich habe mich erschrocken, ey. Hat man gar nicht mitbekommen. Hallo, Alter. Ich kann nicht mehr raus. Oh Gott, Spiel. Der Typ zündet hier einfach alles an, ey. Weil er sich denkt, ich habe die Bra, Alter. Er hat die Power. Aber er hatte auch einfach die Power. Ja, hier waren die Kisten. Da sind übrigens auch die Hau drin. Die Hure. Na, aber. Na, aber bitte. Ich bitte dich doch. Aber, hallo. Aber, hallo. Aber, hallo, Alter. Alter. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich muss ihn jetzt hier hinten. Hier muss ich hier reintun. Ja, was mache ich denn? Alter. Hier kommt der rein. Erstmal das und das. Ich hoffe, ich schmelze da jetzt nichts zusammen. Wenn ja, dann. Noch ein. Scheiß drauf. Alter, jetzt rassle die aus mit dem Miniatur. Ich bin jetzt alles ein bisschen kontraproduktiv hier. Wieso kann ich den nicht treffen? Weil du kein Zielwasser getrunken hast. Oh. Da wird schon wieder unterstes Niveau, ne? Merkst du selber? Na doch, ging schon. So, ist das Vieh groß geworden? Oder wo ist das Kleine? Hier ist das kleine Grüne. Aber anscheinend... Irgendwas machen die hier. Aber ich weiß, ich kann es nicht definieren. Die gehen halt alle voll ab. Guck mal, angenommen, ich nehme jetzt blau mit gelb. Komm, gib ihm. Nee, war klug, dass ich zwei Männliche genommen habe. Dann gib halt ihr. Warte, ich sag bitte nicht, ich habe jetzt noch ein gelbes. Jetzt kommt noch ein grünes. Egal, vielleicht haben wir jetzt ja doch Glück. Jetzt haben wir zwei Grüne. Wenn jetzt beide wieder männlich sind, äh weiblich, dann... Wäre das nicht so toll. Wäre das nicht so toll. Alles Klärchen. Jetzt gehen wir kurz unten rein. Holen wir noch ein bisschen Holz. Wunderschön ist das hier. Alles klappt. Einigermaßen nach Plan. Man kommt auf jeder Ecke in eine schöne Fackel. So wie hier oben in jeder ungefähre Mitte. Machen wir mal auf die Höhe. Also die Höhe. Also die. Und dann nochmal die. Nee, das ist jetzt. Eins zu hoch. Ja, das passt. Jetzt kommen hier überall Zäune rundherum. Und hier wo es nicht geht, kommen natürlich auch Zäune rundherum. Und das hast du jetzt wieder gut überlegt. Da musst du nochmal abbeißen. War schon clever. Ja, zwei Miniatur-Wetter. Das geht doch fit. Das tut da alles schön. Da hast du jetzt sieben und ich hab jetzt acht. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja doch, das ist nicht schlecht. Guck mal, da sparen wir sogar noch an Redstone. Oh mein Gott, ein Redstone sparen wir daran. An dieser neuen Konstruktion, die auch so viel bringt, weil ein Redstone auch so viel ist. Ähm. Hallo? Okay, die Clock läuft. Na. Ja, ja. Warum ist dein Creeper auf dem Scheißdach? Du Scheiß-Creeper, geh von meinem Scheißdach, sonst gebe ich dir einen Scheiß-Pfeil in deinen Scheiß-Kopf. Tot. Hab ich den jetzt erstmal weggebattelt. Mir legt er sich nicht mehr an. Sag ich dir. Jo, mach bei JBB mit. Auf jeden Fall. Hatte ich auch vor eigentlich. Wolltest du mal, du verrätst mir mal meine Pläne, Mann. Sorry. Langsam, ne? Langsam? Ja, ja, nee. Weißt du, es gibt Grenzen. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Ist das von der Höhe so in Ordnung? Nein. Doch. Das kann man schon mal machen. Das heißt, das sind 1, 2, 3. Kannst du gleich mal kurz gucken, wie viel Hexical Essenzen wir haben und Hexical da in München so? Mehr als genug, aber kann ich gleich machen. 1, 2, 3. Mehr als genug. Ich bin Justin. Nein. Nein, bin ich auch nicht. Bleib froh darüber. Ja, bin ich auch. Gut. Okay, dann 1, 2, 3. Zack und zack. Und das und da. Und dann noch das Letzte. 1, 2, 3. Ich packe jetzt wieder die besten Baukünste aus. Ich, wie gesagt, ich will einfach nur die Schmiede, weil ich nur ein bisschen mehr da oben haben. Einfach, weil es geht. Und ich habe das jetzt eh nicht so wunderschön gemacht. Ich hätte da jetzt auch viel mehr Arbeit reinstecken können mit Mikroblöcken oder was weiß ich. Nö, nö. Aber. Das tut mir gar keinen Bock drauf. Oh, kommst du denn hier mein Schnucki? Na. Für euch auf jeden Fall nicht. Naja, das würde auch zu lange dauern. Einfach mit Mikroblöcken. Wenn ich da einmal mit anfange, bin ich in Jahren nicht fertig. Und das ist das Problem. So, wir haben ja noch so ein paar Sachen. Das muss noch raus zum Beispiel. Das muss noch raus. Oh, ein Fussik-Synoskop erlang. Das kann alles hier so in die Ecke. Und jetzt haben wir davon noch einen. Kommt hier in die Ecke. Und jetzt haben wir noch eine Ecke frei. Ne, haben wir nicht, weil da der Block steht. Das ist blöd, aber dann weiß ich, wo das hinkommt. Das ist richtig blöd, ey. Richtig blöd, Mann. Ich muss noch kurz ein bisschen was zum Inventar tun. Das nervt ja hier. Soll ich da reingehen, dumme? Ja, gell. Doch, solltest du schon tun, ja. Meinst du? Aber ich glaube, dann sterbe ich. Meinst du? Glaube ich nicht. Doch. Ach, Quatsch, wie Soße. Quatsch, wie Soße. Ne, Quatsch, damit's was. Ich habe einfach keinen Flugschirm mehr. Deswegen wäre das nicht so cool. Yono. Ne. Weiß er nicht. Ich denke mir nicht, Yolo. Dome, ich bin nicht so einer wie du. Bin ich so ein Draufgänger. Draufgänger, weil ich gehe halt immer drauf. Also ich sterbe. Aber passt schon. Sollte man verstanden. Kann man das erstmal so lassen? Ja, es sieht halt doch ein bisschen strange aus, in gewisser Hinsicht. Also Dome, soll ich dir mal was sagen. Ja, mir gefällt das gerade auch nicht. Deine Witze war schon mal besser, Dome. Die sollten nie gut sein. Stehst du es jetzt? Ne. Okay, gut. Hallo. Bitte. Das wird nochmal abgerissen. Zumindest im groben Ganzen. Alter, wie hässlich. Alter, war dich satt. Oh, sagst du, hast da Pflanze hingesetzt. Dann bist du auch sexy, Mann. Willst du dich hübsch, die Pflanze? Ey. Ich war das nicht. Hör doch auch nicht anzuschießen. Was soll das? Alter, muss ich mich hier beschützen vor diesem Typen, ey. Dass er sich ja selber nicht wehren kann. Du musst mich beschützen, was? Ja. Auf jeden. Ansonstiges. Wo haben wir das Kackding? Ja, Spinne, ist doch gut. Ich weiß auch, dass du hier irgendwo rumgammelst. Jungs. Fickt. Hä, kannst du nicht ein grünes dann töten jetzt, oder? Du musst halt gucken, was das für welche sind. Wenn die alle gleich sind. Ja, dann werden wir zwei Weibchen. Und ein männliches auch? Ne. Ja, wir haben aber drei grüne. Ein großes und zwei kleine. Ne, eins ist noch ausgewachsen. Ja, gerade. Na, dann musst du noch warten, was das andere wird. Das eine habe ich jetzt aber schon gekillt. Gekillt? Ja, sagst du bist ganz schön brutal drauf. Ja, sagst du bist nicht abschließen. Ich habe auch nicht so knocke von dir. Was knistert gerade hier so? Justin? Ja. Warum hat das gerade so komisch geknistert, ey? Weil du... Ja. Ach stimmt, da war ja was. Weil du einfach. Einfach weil du. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Jo, wahrscheinlich, oder? Oh, danke schön. Kann man doch mal machen. Na. Ja. Ja. Ja, ich hab mal auf. Wie, ich habe noch so wenig von dem... Ich habe noch so wenig von dem roten Ding mitgenommen. Wo kackt denn diese Gammelspinne rum? Wo kammelt denn diese Kackspinne? Jetzt weiß ich, wo das Kackspinne ist. Du, ich kann es dir nicht sagen. Oh. Rennen. Ah. Hast bekommen. Das ist aber schön. Ja, hab ich nicht. Das ist aber blöd. Hm. Kannst jetzt auch leider nichts mehr machen, ne? Das sieht schon ziemlich hässlich aus. Halt dein Maul, Mann. Ich brauche hier nur irgendeine Kacke hin. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt es selber nicht so richtig. Och man, jetzt komme ich hier nicht mal mehr drauf. Was war das? Weiß ich nicht. Ah, danke. Bitte. Och nein, jetzt bin ich auch noch eins zu hoch. Aua. Aua, Banga. Alte, Aua. Banga. Oh, nee. Oh, doch. Oh, aber Pe... Nee. Nee, nee. Bob Peeta. Was? Hey, du hast doch irgendwem von dem noch Lovelie Gesalbe gegeben, oder nicht? Dass die die ganze Zeit so auf diese Frau abfahren. Ja, die rasten richtig aus, wäre sauer nicht. Ja, ja. Guck mal. Ja, ich weiß. Hab's vorhin gesehen. Die Kinder hören gar nicht mehr auf. Die beiden wollen die aber... Nein. Die wollen die alle haben. Ja, weil du ein Arschloch bist. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Na klar. Na klar. Ja klar. Alter, könnt ihr jetzt mal Sex haben? Alter, diese Spinne macht mich so körperlich. Alles klar. Noch ein gelbes Leitzschnauze. Wo ist diese Kackspinne? Macht mich wahnsinnig. Das Skelett genauso. Haben wir unter unserem Haus eine Höhle, oder was? Nee, wird nicht. Ich kann natürlich nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr da auch nicht. Hallo, lieb mich. Alter. Oder ist das schon da in Schoko-Burg? Das ist grün in der Ecke. So außenseitermäßig. Ja, ja, ist da eins. Alles klar. Alles klar. Jo, hätten wir das geklärt. Oh, es liebt mich. Okay. Ich mein, wer tut das nicht, ne? So gut wie jeder normale Mensch, aber... Was schon. Alle anderen werden einfach getötet. Was? Bitte was? Bitte? Oh, ups. Ach, oh, ups. Was bist du denn für ein Vogel eigentlich? Du da oben. So einer. Na, hm? Ja, ja, hm. Aber man trifft den auch einfach nicht. Ein steiniges... Oh, nein! Nicht? Oh, nein. Ach, das ist eins getötet, du Arsch. Was? Wenn du ein Tor geboren hast. Nee. Nee, nee. Du da nicht. So. Set, Game, Mod 1, Braun, Green, Schokobuch. Ja. Hast du echt eins getötet? Was? Was? Bitte was? Ach. Sieht aus wie so eine Nater-Festung, du Ome. Ich weiß auch nicht, was ich mir hier dabei denke, aber ich mach das schon. So ein Cobblestone. Ach, du machst das schon. Ich mach das schon extra hässlich, damit es auch keinem gefällt. Gefällt selbst nicht mal. Aber lass das erstmal beiseite. Das ist erstmal unwichtig. Ja, spinne. Rasta aus. Blöd an dieser Schmiede ist halt, dass man keine XP mehr bekommt. Ja, das Leben ist hart. Nee, weich. Auch. Was? Man kann keine Kupferblöcke machen. Das ist aber irgendwie ein bisschen rassistisch. Sieht echt wunderschön aus. Hä? Wieso kann man denn keine Kupferblöcke machen? Oh, jetzt sagt man nicht, man muss sie da reinlegen oder so. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich muss man das, ja. Steiniges. Zack, 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 zack. Stein, zack. Kreuziges. Zack. Karaston, zack, Erde, zack, Spinnen nervt. Immer noch. Zack. So, zack. Gravel. Ich glaube, ich möchte mich langsam... Oh, nice, Alter, richtig geil. Hat da Handys auch nie ausgehabt. Das Schild hält nicht mehr lange. Ja, ja, das Schild hält nicht mehr lange, Boss. Geil. Richtig, richtig geil. Ja, also richtig gut gemacht, Mensch. Der freut mich auch ein bisschen. Bin auch stolz auf dich, deswegen. Danke. Bitte. Kann kein Freezo-Wipens machen. Kann man denn einen Kupfer? Auch nicht, cool. Auch nicht cool. Ach, scheiße hier, ey. Kein Bock mehr auf die Kacke. Ich würde ganz ruhig, ja. Okay. Super, danke. Bitte. Ist auch so wieder so gut wie am Ende der Folge, aber erst gleich. Ja, so schnell noch ein bisschen. Eben, habe ich vor. Noch. Na, da kommt das nämlich hier so hin. Relativ produktiv in letzter Zeit, ne? Ja, schon ein bisschen, ne? No. Und es ist zu hammer, dass wir noch was finden, was man machen kann, auch wenn es eigentlich nur so Kram ist, der eh irgendwann, früher oder später, aber passt schon. Mach dir schon wieder so einen hässlichen Weg, Alter. Hala Madrid. Bitte was? Alp. Hab ich nicht gesagt. Okay, tschuldigung. Jo, alles klar, damit wären wir auch am Ende der Folge. Und wir sehen uns noch am nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.